Ho, 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 meine Freunde, ich wünsche euch ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest. Ich hoffe, die einen oder anderen von euch haben ein wenig entspannte Reno-Zeit vor sich und nicht nur den üblichen familiären Weihnachtsstress, sondern einfach viel Spaß und Freude mit der Familie zusammen. Ich persönlich möchte mich hier auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei meinen Eltern bedanken, die mich das Jahr über auf jeden Fall tatkräftig unterstützt haben. Vielen Dank an alle Firmen, die mich dieses Jahr unterstützt haben. Ganz besonders gefreut habe ich mich über diese Tasse von ePowerFun, ein weirdes Geschenk, hat mich aber persönlich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, da kommt dieses Jahr noch etwas Glühwein hinein. Ja, auf jeden Fall einen riesenherzlichen Dank an alle Zuschauer. Wir haben nämlich über 600.000 Aufrufe erreicht dieses Jahr. Das war auf jeden Fall Rekord auf dem Kanal. Rekord waren auch der Abo-Zuwachs mit über 2.500 neue Abonnenten, haben wir uns mehr als verdoppelt. Und ihr habt über 27.000 Stunden diesen Kanal euch angeschaut. Das ist verdammt krass. Ich frage mich nur, warum sind wir noch nicht viel, viel mehr? Ich werde mir auf jeden Fall im nächsten Jahr mehr Mühe geben, noch mehr Content für euch rauszuhauen, nochmal die Qualitätsschraube ein bisschen hochzusetzen. In diesem Jahr werde ich euch auf jeden Fall noch ein bisschen VX4-Content liefern, ein bisschen Elite-X-Content hoffentlich. Und es wird noch zwei Videos geben, die so ein bisschen Kanalrückblick zeigen, von so ein bisschen Jahresüberblick und so weiter. Ihr kennt das, das Ganze kommt ja immer so kurz vor Silvester. Und vielleicht machen wir dieses Jahr auch noch so eine kleine Kanal-Prediction, was so im nächsten Jahr passiert. Denn da habe ich mir so ein paar richtig besondere Dinge ausgedacht, die es bisher in der E-Scooter-Welt so noch nicht gegeben hat. Und ich denke, da erwartet uns einiges Spannendes, denn ihr kennt ja den Kanal. Hier läuft alles etwas anders als irgendwo anderswo. Von daher auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr den Crazy-Typen hier zuschaut, bei all diesen Sachen, die ich hier so mache. Und in Zukunft werde ich das Ganze auf jeden Fall noch um einiges weiter ausbauen. Denn ich hoffe, wir werden im nächsten Jahr auf jeden Fall die Zehntausender-Marke sprengen. Würde mich persönlich wirklich extrem freuen. Und was soll ich euch sagen? Ich will euch jetzt nicht lange nerven an Weihnachten. Verbringt Zeit mit eurer Familie. Und falls ihr begeisterte E-Scooter-Freunde mit dabei habt, gönnt euch die Zeit. Zeigt ihnen doch mal meinen hübschen Kanal. Ich packe euch noch ein paar Playlists unten mit rein. Für alle Leute, die ein bisschen Zeit haben, sich ein bisschen in die E-Scooter-Materie einfuchsen wollen oder einfach nur, weil sie jetzt die Zeit haben, sich die Videos anzuschauen, gönnt euch in der Weihnachtszeit, besonders im Dezember allgemein. Könnt ihr den YouTuber immer am meisten unterstützen, mit den wunderbaren Videos schauen. Denn im Dezember verdienen die YouTuber etwas mehr. Was auf jeden Fall sehr, sehr schön ist. Nur in unserem E-Scooter-Bereich ist es immer relativ schwierig. Da bei uns der Winter relativ schlecht ist. Denn da schauen sich die Menschen keine E-Scooter-Videos an. Die wollen lieber Hardware-Videos zu Computer und Co. Weil das kann man schön im kalten Wetterchen zu Hause machen und nicht draußen bei der Kälte mit dem E-Scooter rumfahren. Wisst ihr, wie ich meine? Von daher kann ich euch nur sagen bzw. raten, schaut euch ein paar Videos an, zeigt den Kanal ein paar Freunden, Verwandten und Bekannten. Gönnt euch etwas gemeinsame Zeit. Gerne mit dem Kanal zusammen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und was soll ich euch sagen? Gönnt euch einen chilligen, gönnt euch etwas Zeit mit der Familie. Habt ihr euch alle mehr als reglich verdient. Wir hatten alle eine sehr harte Zeit in den letzten Jahren. Und auch für mich wird es Zeit, etwas zu entspannen. Denn das Jahr war ziemlich crazy. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, was soll ich hier lange quatschen, meine Freunde? Ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank an alle Menschen, die mich unterstützen auf dem Kanal. Vielen Dank an alle, die mich aktiv unterstützen. Keine Selbstverständlichkeit in der Zeit, wo jeder Euro knapp wird, hier in den Kanal auch noch rein zu supporten und zu spenden. Wirklich vielen herzlichen Dank. Und ich werde mir im nächsten Jahr so viel Mühe wie möglich geben, um den Content von der Quality nach oben zu setzen, damit ihr mehr Content bekommt. Und vielleicht weiten wir uns noch auf andere Plattformen aus, führen auch das Live-Format mit ein. Ihr seht schon, da kommt jetzt schon einiges. Ich will euch jetzt nicht lange zubrabbeln. Dafür gibt es extra Videos in diesem Jahr noch. Und ich sage an der Stelle am besten, ganz schnell, bevor ich hier noch weiter länger rumplapper, Drive long, feel free, teilen, liken, abonnieren, nicht vergessen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten gekriegt habt, ob es für euch schöne Tage waren. Ich sage wie immer, drive long, feel free. Ich wiederhole mich schon, ich gehe jetzt schlafen, wie immer zu dieser Tageszeit, zu dieser Nachtzeit, zu meiner Videozeit. Ich wünsche euch alles Gute. Habt schöne Weihnachten.